Wenn unsere Sprache verloren geht, verlieren wir alles, sagte ein Sidney Barker, Medizinmann der Apachen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich, René Kohn, heiße Sie herzlich willkommen in meiner logopädischen Praxis Logo Motiva. Besuchen Sie uns im Therapiezentrum Fuhlsbüttel mitten in Hamburg. Wir freuen uns, Sie in unseren hellen und modernen Praxisräumen begrüßen zu dürfen. Wir arbeiten interdisziplinär, um die Behandlung bestmöglich und individuell auf die Bedürfnisse der Patienten abstimmen zu können. Mehr Informationen zum Behandlungsablauf erhalten Sie telefonisch. Wir freuen uns auf Sie!